Alter! Ich hab... ich hab... Was hast du gefunden? Okay, ich hab erst mal zwei Kaninchenfallen und zwei Vogelfallen gefunden. Okay. Zwei Wolves und was Lustiges, was ich auf dem Kopf auf hab. Wie geil. Du bist behindert. Kann man sich damit tarnen? What the fuck? Du bist sowieso bei mir in der Nähe. Ja. Sammle grad auch ein bisschen AA ein. Damit wir von diesen Dingern welche bauen können. Ja. Guck mal! Ehrlich? Kann ich die auch pflücken? Come join my crew! Warum steht eigentlich bei dir Testing? Ah, weil ich immer, äh, Arma und so aufgenommen habe. Und darum. Das hatte ich nur extra gemacht, auch dass mich keiner indirekt stört. Ja. Auch wenn sowas da steht, interessiert die meisten doch sowas nicht. Nööööööööööööööö. Nur wenn ich's weg mache, schreiben die mich an komischerweise. Ja. Und wenn ich's die da rein mache, alles gar, dann schreib ich die nicht mehr. Bist ja eh beschäftigt. Mhm. okay jetzt haben wir noch ein viertel des tages hier oben ist schon fertiges holz deine oma und eine rüstung ich sammle hier aber erstmal weil ich eh ein kreuz dabei hab für feuer okay ja ich geh nach hause oder ach so für ein kleines ding was ja ja okay für ein kleines lagerfeuer was mit ein bisschen platz und schaffen aber wie auch und das ist schon mal gut weil dann können wir erst mal ein bisschen bleiben und sammeln naja ich werde zurückgehen ich brauche meine sachen ja ich habe auch noch die ganzen ganzen fallen hier hatte war ich glaube darauf fällt er nicht rein aber vielleicht würden da ein paar anderen hey nimm das wieder ich finde den geil hier ist er reingegangen ja aber der ist dann nicht wieder drinnen dann mal dämmerung ist gleich sofort alter dankeschön bitteschön blumlees das bisschen reicht auch für den resten der dunkelheit ja da habe ich schon mal die blümchen gefressen aber meiner hungert ganz schnell ja klar brauchst ja fleisch 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 naja ist ja auch waffi ne so verfresser gell wieviel hunger kann er nehmen wieviel hunger kann er nehmen 200 das ist eigentlich normal ich gehe mal auf dem rückweg ja jetzt noch ich habe gerade gesehen wo die eine einsamen das auch kannst du machen ruhig das ist noch mehr ja dann können wir auf jeden fall von den großen dingern welche machen würde ich sagen ja die kleinen wachsen nicht so schnell ich decke erstmal den ganzen weg auf aber nicht traurig sein jetzt deswegen ja da bin ich schon nicht hi froschmann du bist ne arsch ja froschfischmann wie der schweinebeermann ja das ist nur der froschfischmann froschfischmann ja so habe ich sogar eine folge genannt der froschfischmann okay weil ich wieder extrem optimal behindert bin hashtag optimal behindert wie immer extrem behindert rott ach hier war vergammeltes essen extrem arsch mit ohren ich finde mein busschhut geil bist ein busch eigentlich würde ich auch holz sammeln ja holz gilt aber relativ schnell eigentlich ja was macht eigentlich das nashorn gammelt das näher um hinten rum weiß ich nicht ich habe es nicht gesehen auch nicht gehört ne nö gammelt nur ein trutern rum wenn pentas viel doch eh die meiste zeit dann ja genau und ich komme wieder in der nähe und dann ärgert mich das wieder aber wenn man nicht in der nähe ist dann pentas doch eh die meiste zeit das weiß ich nicht du optimal behinderte affe hashtag optimal alter das ist so geil aber wir müssen uns doch gleich ne schutzmauer noch bauen machst du schon du machst das schon boah mein ganzes essen sag mir doch mal ein du arsch du warf ist eigentlich essen essen aber durch fleisch da hält das natürlich länger naja klar hallo schweinchen danke für die kacke boah man braucht voll viele blumen jetzt einmal musst du essen geben weil ich kacke gekriegt kacke dum dumم dumm dumm lass erstmal liegen ich bin ja so behindert ja noch ein haus zerrissen wer du mal zerrissen gehabt jetzt habe ich kein holz hier sind jetzt natürlich gießen holz liegt da rum eine seele oder habe ich das eingesammelt kann auch seine stein macht er 99 ok hast du noch stein reingelegt gerade stein eigentlich schon ja da kann man auch definitiv mit was bauen jetzt habe ich den resten von mir ein du musst diese fok muss die gras wieder reinsetzen haben so komisches loch hier oder das gras versucht einzusammeln ja war das falsche was ich genommen habe das fälschen ach ist nicht schlimm hat er gesagt wo es ist jetzt sieht das richtige da auch wieder hin was haben wir hier ok ist das ich sehe schon wieder zentos seine sortierung die ist nicht gut bis sehr durcheinander flimmt also stell dich nicht so an du ich muss ja erst mal mein inventar leeren deswegen ja gut ist natürlich klar und fürs sortieren bist du doch da ach soo du willst du das nicht ne du bist die sortierschlampe das muss ich ja mal alles essen vielleicht die alte sortierschlampe ne doch ich fange mir erst mal die gras büsche anzusetzen kann ich die hier einsetzen hast gesehen da hatte ich noch welche reingetan glaub ne ja das ist gut bist du was gesagt dreh ich mich plant 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 hier stein zerkloppt hat aber das bei mir so geleckt hat zuerst ja das geht aber auch relativ schnell wieder ne stunde ne ja so geil so optimal wir sind so ne suchtis ne ach warum ich finde das wenn du so neu anfängt und du viele neue sachen hast dann ist das geil ja dann bringt das doch wieder spaß ja haben wir auch lange nicht gemacht wir hatten auch viel aufgenommen im letzten mal schon wieder ich erinnere mich an Minecraft dann übertreiben wir es wieder mit neun stunden neun stunden dann nehmen wir jetzt Don't Starve das war 10 milliarden stunden auf vor allem habe ich erstmal nur für diese woche fertig gemacht die folgen ganzen monat also in der nächste woche jetzt ab montag oder machen wir ne ab morgen ab morgen ja gutes montag ja morgen ist montag ja ja ich habe vorhin erstmal für die ganze woche erstmal gemacht ok ja mehr hatte ich keine lust zu was ist denn hier noch drin gewesen ne ah hier ist ein mondgestein ein mondgestein den brauchen wir nicht der kommt hier rein was kostet denn dem 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 ah braucht man dafür das bei dem rest geht die kaputt fick dich 10 mal davon und 6 mal AA ok ich habe 11 mal AA bei mir ich habe 9 mal AA was habe ich gesagt wie viel brauchen wir 6er du hast 10 wie viel hast du 11 wir haben 20 stück 20 das heißt wir können 3 farmen machen ok das ist schon mal gut ich habe das trocken packer brauchen dann gehen wir einfach nochmal runter naja ich tue mal das trockenfleisch in die mittlere kiste und ich geh jetzt mal ich geh mal ne runde pennen ja ich geh mal ne runde pennen dann steigt auch das herz herz und ja gut mein herz ist jetzt nicht voll gewesen das lagervolle tue ich mal im an das lalalala lagerfeuer liegt aber komm steh auf ich schmeiß mal eben schnell holz rein das ist egal wenn du da liegst und schläfst was passiert nix du brauchst kein lagerfeuer anhaben ja ich lass es aber mal an wenn du fennst das ist egal aber ich finde die häuser ganz geil du brauchst du doch du 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 Vielen Dank.